Heute geht's mit Staffel 4. Wir machen einen weiteren Pilz. Ich hab gerade geguckt, wir brauchen ja noch Leitern. Holz haben wir aber noch. Das hört sich immer so nah an, als ob hier was wäre. Okay, ich glaub den Pilzkeller-Eingang, eigentlich wäre es bei der Küche optimal. Vielleicht hier dann. Die Frage ist, wo lande ich denn da jetzt schon wieder? Okay, Mist, das geht schon mal nicht. Naja, das macht eigentlich auch keinen Sinn hier. Dann vielleicht doch in der Ecke. Scheiße, auch nicht. Hä, wo kann ich mich denn hier runterbuddeln? Die Ecke hier vielleicht? Wann willst du mich verarschen? Lagerraum. Oh nicht. Ähm, ich hab ein Problem. Egal, wo ich jetzt Stichproben mache. Hm. Hm. Irgendwo muss doch mal ein Schluss sehen hier, ey. Oh, das geht jetzt so tief rein. Oh, das klingt auch wieder falsch. Schwierig. Hier war ja auch alles voll, ne? Warte mal, das ist ja das Lagerhaus von dem ersten, also das erste Lagerhaus überhaupt. Dann ist klar, dann haben wir hier alles durchgemodelt. Und hier dürfte auch kein Platz sein. Eigentlich könnte nur diese Ecke gehen. Kann ja sein, dass ich jetzt im Lagerhaus gelandet bin. Mist. 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 das ist ja jetzt nervig dann können wir das hier auch dicht machen ok mit solchen problemen habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet wie sieht es aus in dieser richtung warum habe ich eigentlich hier schon ein kanzler zu ich müsste was eigentlich eine kleine lücke finden irgendwo wirst du warte ich glaube ich mache das dann so komplett dicht fertig schwierig 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 es ist scheißegal das scheint zu als ob wir komplett über dem unterirdischen system werden aber komplett ist das nervig ist das einfach nur nervig ich hatte vielleicht nicht gleich den ganzen boden sitzen sollen dann hätte ich vielleicht noch auf an nirgendwo wenn ich in der küche hatten wir schon drin gebuddelt da ist ne ecke da ist ne ecke das sieht bisher ganz gut aus so dann würde ich bis hier hin ich hoffe das klappt auch diesen fahrt machen lalala hier wäre roter granit fällig so und dann machen wir uns jetzt so schnell ein paar ladern 3 ich mache lieber noch mal ein bisschen 3 3 3 4 4 4 4 5 8 8 9 10 10 11 11 11 12 13 13 hier irgendwie noch bauen. Obwohl das wäre Quatsch. So, zack, 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 zack. So, 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 zack. So. So, zack. So, zack. So, dann machen wir uns mal an die Decke gleich noch ein bisschen. dann können wir die Treppen gleich noch verbraten Ok, Halbstufen bauen wir auch wieder und würde ich sagen, dann geht das hier in der nächsten Folge wieder weiter Spitz, bedanke mich, bis denn eh